Hallo, mein Name ist Samuel von Stadler Form und in diesem Video möchte ich dir zwei der leistungsfähigsten Luftbefeuchter auf der Welt vorstellen. Carl und Carl Big. Da das Unboxing nicht so spannend ist, lass uns das etwas schneller machen. Das sind sie also, unser Carl und Carl Big und zu Beginn ein paar spannende Facts. Carl hat ein Fassungsvermögen von 4,7 Liter Wasser und er kann 690 Milliliter Wasser pro Stunde in die Luft befördern. Carl Big kann ganze 11 Liter Wasser tanken und er kann unglaubliche 1,1 Liter Wasser bzw. Feuchtigkeit pro Stunde in die Luft befördern. Bei so leistungsfähigen Luftbefeuchtern ist es wichtig, dass das Auffüllen so einfach wie möglich ist. Und wir finden, das Tragen des Luftbefeuchters zum Wasserhahn und zurück, das muss nicht sein. Darum haben wir das Top-Filling erfunden. Sprich, auf der Oberseite von Carl und Carl Big hast du eine Klappe, die kannst du ganz einfach öffnen und dann mit einer Gießkanne oder Wasserflasche das Gerät befüllen. Das schont nicht nur deine Nerven, sondern auch deinen Rücken. Natürlich muss so ein Luftbefeuchter in einem Haushalt schön aussehen. Darum haben wir Carl und Carl Big eine Textilhülle spendiert. Diese Hülle sieht nicht nur sehr stylisch aus, sie ist auch praktisch. Man kann sie ganz einfach abziehen und dann die Hülle bei 30 Grad in der Waschmaschine waschen. Danach ganz einfach wieder übers Gerät ziehen und Carl und Carl Big sehen wieder aus wie neu. So viel Luftfeuchtigkeit muss gezielt in den Raum gebracht werden. Darum haben beide Geräte einen Hygrostat eingebaut. Gesund ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent. Wenn das Gerät die Zielluftfeuchtigkeit erreicht hat, schaltet es sich automatisch ab. Der Sensor misst aber weiter und sollte die Luftfeuchtigkeit fallen, schaltet sich das Gerät automatisch wieder ein. Wer das nicht so gerne am Gerät macht, kann natürlich sein Carl oder Carl Big auch mit der Handy-App verbinden und bequem auch darüber steuern. Egal ob zu Hause, am Arbeitsplatz oder sogar unterwegs. Das war's zu Carl und Carl Big. Wenn du jetzt immer noch Fragen hast, dann schreibe sie in die Kommentare. Wenn du mehr Videos wie dieses sehen möchtest, dann abonniere unseren Kanal und wenn du das Video magst, freuen wir uns immer über einen Daumen nach oben. Bleib gesund, mach's gut und tschüss!